Hallo Leute und herzlich willkommen bei Palatilum Wandern, Tracking und Prepping. Wie ihr seht, die schmücken noch ein bisschen die Weihnachtsbäume im Wald. Ich wollte mich bei allen meinen Abonnenten und Vorladern für den super Jahr 2015 bedanken. Ich wünsche euch allen und eurer Familien ruhige, besinnliche und friedliche Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe wir sehen uns dann 2016 mit neuen Projekten wieder. Bis dahin macht's gut, euer Palatilu.